Du hast einmal, du hast gesagt, du bist von Männern ausgenutzt worden, hast du uns im Vorgespräch erzählt. Und du hast, man würde es jetzt gar nicht auf den ersten Blick vermuten, mal mit acht Männern gleichzeitig geschlafen. Das stimmt, ja. Ja, alle Achtung. Gangbang. In der Tat, was war da los? Um das Fachwort mal zu nennen. Fachterminus kennen wir. Da war ich 16, ja. Das ist aber jetzt schon schlafbar. Ich kriege, keine Ahnung, mir wird schlecht. Mit 16 und dann, also das klingt eigentlich eher so, als würden das vielleicht, wenn überhaupt Leute machen, die wirklich schon sehr lange, sehr abgefuckt irgendwie so.